Spätestens wenn es um die Errichtung des eigenen Hauses geht, hat man mit der traditionsreichen Baubranche zu tun. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, in der es fünf Generationen Glasermeister gibt. In dieser Branche ist im Moment ein enormer Innovationsdruck und die Digitalisierung macht vor diesem Sektor auch nicht halt. Handwerk und innovative Lösungen zu vereinen, ist zu einem Must-Safe geworden. In der Baubranche geht es um deutlich mehr als die pünktliche Lieferung der richtigen Baustoffe oder das Funktionieren von Maschinen. Differenzierender Faktor im Wettbewerb ist das Service Level und speziell hier das digitale Service Level. Gute Unternehmen mit hochwertigen Produkten gibt es zuhauf. Einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sich die Unternehmen, die mit exzellentem digitalen Service glänzen können und ihre Beziehung zu Kunden, Lieferanten und Partnern ins Digitale übersetzen können. Digital zu denken und datengetrieben zu handeln, ist das Gebot der Stunde in der Baubranche. Wie das geht, zeigen unter anderem unsere Kunden Wirt, Hagebau und BayWa. Diese Unternehmen gehören mittlerweile zu den Pionieren in ihrer Branche, weil sie für Kunden, Partner und Mitarbeiter eine optimale Customer Experience bieten. Setzen auch Sie auf die Erfahrung und das Wissen unserer über 300 Mitarbeiter. Sichern Sie sich mit uns Ihren ganz eigenen digitalen Wettbewerbsvorteil.